Die Ex-Bachelorette Sharon Batiste und ihr damaliger Gewinner und heutiger Freund wollen ihre Beziehung weiter festigen und haben sich für den nächsten Schritt entschieden. Am 28. Juli 2022 lief das Finale der Bachelorette-Staffel mit Sharon Batiste. Hier vergab sie ihre letzte Rose an Finalist Jan und schwebt mit ihm auch ein gutes Jahr nach dem Dreh noch immer auf Wolke 7. Bereits in der Wiedersehens-Episode verrieten Sharon Batiste und Jan Hoffmann im Sommer letzten Jahres. Wie es nach der Show für sie weitergehen soll? Sie und Jan seien noch ein Paar, erklärte Sharon damals, sie habe aber auch ein bisschen Angst vor dem Alltag. Den hatten die zwei Turteltauben bis dahin nämlich noch nicht durchlebt, denn beide mussten sich abseits der Öffentlichkeit treffen. Entweder haben wir uns in seiner oder meiner Wohnung getroffen, bei seiner oder meiner Familie, so die 31-Jährige im Juli 2022. Seither hat sich gezeigt. Es funktioniert. Ex-Bachelorette Sharon Batiste und Freund Jan Hoffmann wollen laut Insider-Informationen zusammenziehen. Zuletzt hatte Sharon Batiste an der Seite von Profi-Tänzer Christian Polanz an der 16. Staffel von Let's Dance teilgenommen. Es mit ihm bis Live-Show 9 geschafft. Freund Jan unterstützte sie während der kräftezehrenden Zeit nach Kräften, besuchte sie, wann immer er konnte. Bild hatte berichtet, dass die Ex-Bachelorette und ihr Rosenkavalier planen, zusammenzuziehen. Nun hat Sharon gegenüber RTL bestätigt, sie wird tatsächlich mit ihrem Liebsten in ein gemeinsames Haus in Niedersachsen ziehen. Bislang pendelten die Bachelorette und ihr Gewinner zwischen Köln und Hannover hin und her, das soll sich jetzt ändern. Da Sharon in ihrem Beruf etwas unabhängiger ist als der Florist, der einen Familienbetrieb führt, soll Hannover nun zum gemeinsamen Wohnort werden. Ich bin ja auch in Köln nicht groß geworden. Klar, es ist für mich nicht so einfach. Aber ich habe mich entschlossen, den Schritt zu gehen und nach Hannover zu gehen, so der TV-Star. Nach Kritik meldete sie sich auf Instagram zu Wort und erklärte die Entscheidung. Wie kann ich Köln verlassen und nach Hannover ziehen? Ganz einfach. Der Liebe wegen, so Batiste. Ich habe Jan von Anfang an so kennengelernt und ich wusste, worauf ich mich einlasse und mir reicht das Thema Fernbeziehung. Und die beiden Turteltauben denken auch schon über weitere Schritte wie Hochzeit und Familie nach. Wenn das dann irgendwann für uns reinpasst, dann wird bestimmt irgendwann mal eine Hochzeit passieren, oder auch wirklich Familienplanung. Aber aktuell ist der nächste Step jetzt erstmal gemeinsam Haus und Leben und wir wollen auch ein bisschen reisen. Und noch gerne zu zweit. Maximal zu dritt mit seinem Hund. Er weiß nicht. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020